Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute mal wieder aus meinem Zap-Zarap-Zarap-Sportkeller. Ich werde hier ein bisschen Workout machen. Mal wieder. Man muss immer dranbleiben. Das ist ja das Problem beim Sport. Man muss dranbleiben und immer weitermachen. Runter vom Sofa, Sport machen, wenn es nur ein bisschen ist. Ich mache heute mal gucken, wie viel. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Das seht ihr alles nach dem Intro. Das seht ihr alles nach. 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 Das seht ihr alles nach.